hallo liebe freunde morgen guten morgen guten abend ist es ja wohl eher nicht je nachdem was du vom biorhythmus hast manche leute stehen wahrscheinlich jetzt auch in diesem sinne moin moin alle normalen leben also also eigentlich so liebe studenten guten morgen liebes arbeitendes volk mit der kritik haben als irgendwo rum zu arbeiten genau so obsidian abbauen ist nur mit diamantenspitzwacke angesagt war das ganz genau aber das braucht man nicht mehr aber auch keine diamantenspitzwacke mit also von daher dass wir sagen ich gehe sowieso weg hier ist mir viel zu viel aber wo ist denn das gewesen dieser komischen miene die ich jetzt da gerade noch gefunden habe eine miene der christ hat ein miener gefunden hier war das sicherlich nicht nicht also da wollte ich doch jetzt rein in die miene wo es sieht ich kann man doch nur in eine richtung gelaufen oder ich so ach so da geht es wieder nach oben oder was ja was machen wir wir eiern hier wieder mal schön durch die gegend und suchen wir suchen alles was kein stein und keine erde ist ich glaube das sind die einzigen beiden rohstoffe von denen wir mehr als genug haben das hier alter sind jetzt wieder sag mal wo es wollen denn hier bitte diese ganzen dreckige schütze gelbte alter die gehen wir auf die zeige ich habe mich stehen einfach plötzlich neben denen so auch so zombies das stand einfach jetzt neben mir und hat einfach mich an sich toll fühlt da würde keiner also hier mache ich mir erst mal einen weg den ich auch wieder finde alter macht besser als ich ich finde das immer nie wieder ich habe ich bin ich auch schon wieder irgendwo lang gelaufen wo ich nicht weiß wo es hier ist dieser spawner hier ach guck mal dann sind wir noch so kleine spinnen hallo der monster spawner nicht gefunden habe aber mehr ist ja auch nicht gewesen dass hier mal irgendwie eine kiste zur belohnung ist oder sowas ist hier ist das einfach so was gibt es hier gucken wir auch noch mal rein aber hier ist auf jeden fall auch eine fackel hier waren wir also auch schon mal hier hinten sieht es aus als wenn ich hier noch nicht gewesen wäre langsam lichtet sich das alles hier also keine neuen wege mehr so hier bin ich jetzt auch im kras gelaufen ist auch in ordnung gibt kaum neue wege was also bedeutet dass wir ganz gut abgegrast haben außer der christ er hat eine neue hülle gefunden so wie ich das wenn das nicht die hülle wo du auch schon warst oder so das was man ja immer nicht naja dann müsstest du ja fackeln von mir sehen also ich hab jetzt hier eigentlich schon ganz gut alles ausgeleuchtet irgendwie wo ich so wo ich hier so war hier guck einer an sind noch viel einfacher nach was hast du gefunden nichts gefunden ich gucke gerade ich suche mir gerade den besten weg raus wie man quasi in diesem mine laufen kann ohne sich gleich schon wieder zu verlaufen und irgendwie nie wieder zurückzufinden ja ok ich glaube ich werde aber langsam mal zusehen und schon irgendwas gefunden was sind noch ein bisschen reisen ein bisschen kohle viel gefunden habe ich jetzt aber auch nicht aber gut ich glaube hier war die ganze ordentlich ändern ich glaube ich weil mein schwert auch gleich kaputt ist werde ich mal langsam den weg nach oben antreten und dann nicht weit angekündigt richtung wenn wir gehen hier ist es hat sie geholt ich habe leider kein essen mehr und das ist natürlich nicht so gut wenn man in so einer hülle jetzt rein und fackeln habe ich auch nicht mehr also so eine miene rein geht ja das stimmt vielleicht ist hier aber auch nicht so groß gucken hier geht es erstmal nur geradeaus um verdammte axt wenn ich jetzt irgendwie eine karte hätte dann könnte ich auch wissen wie möglich wissen ob das von der höhe ich bin noch mal nach die anderen zu gucken aber die karte habe ich ja verloren so neid so ist es aber nicht also hier geht nicht wirklich viel ich wollte eigentlich darüber aber da sieht aus wie ich da auch schon gewesen ja also jetzt bin ich in die gott deswegen entschuldigung wenn ich mir erschrocken hat und bin in die lava gefangen irgendwann hat man auch was der gesagt das ist ja geil was hast du da gemacht der lava wann hört man sich auch zu brennen aber naja wenn du noch wenig energie hast dann hörst du natürlich auch zu brennen und zu sterben ja klar es ist schon wieder los welches level was und dass ich diese 11 10 oder so aber man muss die elf dinger da ja gut dass ich dir das geraten habe jetzt aber auch manchmal so schnell hier das ist so behindert ich muss immer gucken dass ich das wieder finde weil ansonsten habe ich schon wieder wenn meine rüstung verloren und so aber ich bin ja mal und das war gar nicht so weit weg ich glaube ich weiß ich glaube ich weiß ungefähr wo das war ich bin ja keine ahnung irgendwann ist das auf jeden fall weg es muss aber hier irgendwo gewesen sein relativ sicher also die mine die ich hier gefunden habe die ist irgendwie nix habe ich das gefühl also ich werde noch mal genauer gucken gehen aber ich komme jetzt auch erst mal wieder hoch also auf jeden fall ist die höhle die ich hier gefunden habe auch echt riesig total verzweigt da sieht man schwer überhaupt nicht wo man überhaupt lang muss das war bei mir ja hier auch so ich weiß ja auch eigentlich gar nicht also ich könnte vermuten dass sie irgendwo hier gestorben bin aber so richtig wissen tue ich das natürlich auch nicht hoch net hoch net ne also hier lauf ich auf jeden fall gerade schon wieder im kreis das macht gar keinen sinn ich wieder gestorben weil ich in die laba gefallen bin das darf doch alles nicht wahr sein es darf doch wirklich alles nicht das gefühl dass wenn dieses spiel und nicht keine freundin hätte ich jetzt muss genug zu essen mit und so dann wäre ich jetzt auch noch da weiter umgelaufen aber ich habe jetzt recht nichts mehr mit und bevor ich da unten verhungere obwohl ich vielleicht sogar was gefunden hätte aber es bin ich hier wieder leute ich werde schon mehr es geht schon wieder los es geht schon wieder los der nico sie auch nie wieder ein keller sind hier warum bist du denn auch schwer gestorben ja weil ich in irgendeinem laba gefallen bin dass ich das nicht aufgepasst du hast nie auch gepasst übernimmt war das nicht hier irgendwo so immerhin habe ich wieder rausgefunden schlecht zack 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 aus tag draußen immerhin ich hier noch nach unten so was habe ich hier überhaupt alles mitgebracht so ist natürlich keine kohle mit drin werden bringt natürlich auch nix ach so hier war ich wo ich mit dem diamanten dann bin ich wieder zurück die suche nach dem verlorenen ich die suche nach dem verlorenen ist gold neu ist sie durch die gegend und so es ist zum heulen liebe freundes ist das schon wieder drauf gegangen ist es ist nichts noch mal gehe ich auf jeden fall nicht runter da müsste man eine andere hülle suchen ich komme noch nicht mehr hoch also ich habe noch mal zwei waren und spiele organisierung alter wie plus werter jetzt bin ich wieder hier bin ich wieder hier ich komme nicht hoch bitte ich will diamanten haben wir jetzt 24 immerhin eisen haben wir immer noch total wenig 40 folgen hier gefahren leiter und wir haben zu wenig eisen das ist nur 1 1 obwohl wir haben sogar nur diamanten brustteilen doch nicht mal irgendwie noch nicht mal irgendwie gar nichts aus der mann da ich baue jetzt erstmal zwei diamanten teilen scheißegal so diamanten helm wieso brauchst du jetzt diamanten teile sie bauen müssen ist ja scheißegal ist jetzt mache schon mal zwei helme gemacht nach kannst du behalten weil ich sowieso immer sterbe hier im schalz spiel bin ich wieder hier alter ich glaube hier nur im kreis bin das nicht mehr wieder wahrscheinlich ist das das ist eh langsam wird das ist traurig ich wollte eigentlich in die hände in der folge das ist wahnsinn ich glaube hier einfach nur durch die gängel ist es tut mir leid liebe leute die mir jetzt hier zu schauen es ist immer das gleiche versuche einfach nur den weg zu finden wo ich gestorben bin und ich finde es einfach nicht wieder ich glaube ich kann es jetzt auch wirklich sein lassen weil die folge nicht die folge doch auch was aber das habe ich mein freut mir jetzt langsam weg ist wahrscheinlich ist das sogar so ja ich gebe ich dir recht ich habe echt eine orientierung die ganze orientierung wie ein flusswert einer ja es ist doch alles ist doch wirklich es ist doch wahr oh was geht so geht es denn hier jetzt bin ich das bin ich das zehnte mal jetzt hier unten an der gleichen stelle ich muss das ganze teil hier nehmen und einfach die gewandt schlagen die übernicht nur dass wir nicht so aufregend das ist nicht gut für mich aber auch hier wo bin ich denn jetzt so was soll man hier halt jetzt bin ich hier im spinnenblieben pass und hier war ich doch auch schon mal oder sag mal was sind los mit einer orientierung weiter ja ich glaube ich werde einfach gleich mal zu sehen dass ich sterbe wenn ich hier einfach unten um weil jetzt habe ich eh nichts hier unten das ist völlig wurst da musst du dir wieder eine neue rüstung machen kann man sich auch sparen das ganze fahrten zwei folgte neue rüstung waren das ganze scheiße hier weißt du jetzt kommt ja auch noch ein creeper ja richtig geil jetzt hänge ich ihn bei den spinnenblieben wieder fest ja und er ist explodiert und schon wieder geht die folge vorbei und ich habe eigentlich nichts geschafft doch ich bin in die lava gefallen alles klar gut gut liebe leute bedient und gehen und so rein nico hat keinen bock mehr ne ich mache mir gar nichts mehr nico hat keine liste mehr tja verabschiede mich jetzt hier das war die letzte folge minecraft melancholisch wir werden wieder irgendwas machen nico hat richtig gute laune und machen generell gar nichts mehr da soll ich mich einfach auf mein sofa da umsetzen gut ist also liebe leute macht's gut bis zum nächsten mal ne wenn sie da heißt wir machen irgendwas ja und vor allem machen wir es diesmal richtig macht's gut tschüss schweine fahren dann draußen sind auch